Musik Da ist das die Fotografie Dieぉ oder die heimlichen Tochter Schülern an jedes Mal Aber ich bitte noch einmal, uns die drei zweitplatzierten Viggo-Manderer aus dem Rundervold aus Brano und die Vista-Voltes aus Rohrbach. Jetzt kann man gekämpft, aber es kann nur einen Sieger geben. Und am letzten Platz, eine Stimme im Publikumsvoten, ungültig ausgefüllt, von der Jury disqualifiziert, Schwiebeln-Manderer! Das ist ein Bruder, es gibt den hohersten Knackenwurst. Nach Leberkrieg kennen wir nur, mein Lieber. Das ist das Ding, Markus.